Es gibt wieder News von EcoGrid Bodensysteme. Ich bin heute hier am Haus der Musik im Gleisdorf in der Steiermark und hier wurde mit unserem neuen Bodensystem MT60 ein Parkplatz neu gestaltet. Wodurch zeichnet sich unser neues Bodensystem aus? Zum einen sicherlich dadurch, dass wir hier eine unversiegelte Oberflächenbefestigung anbieten. Das bedeutet, Regenwasser kann sofort versickern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die extrem rasche und einfache Verlegbarkeit dank des neuartigen Schwalbenschwanzsystems, das man hier glaube ich gut sehen kann. Natürlich ist das neue Bodensystem hoch belastbar, für Schwerverkehr geeignet, mit minimalem Unterbau. Es bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, wie man eben auch hier sehen kann, die Kombination aus Pflaster begrünt. Man kann es natürlich auch bekiesen, also sprich mit Sprit zum Beispiel befüllen. Die Pflastersteine gibt es natürlich genauso von uns, sind in verschiedenen Farben erhältlich, wie hier in Betongrau, in Anthrazitgrau, in Ziegelrot. Theoretisch ist aber jede Farbe denkbar. Ja, rasch, einfach zu verlegen. Sieht toll aus, unversiegelt. Und das Ganze wurde von Holistik Garden umgesetzt. Super, dass wir hier so ein schönes Projekt gemeinsam umsetzen konnten. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020